Wir sind sehr glücklich, dass wir Sie, Herr Dr. Breul gewinnen konnten. Das ist wichtig, das Dr. Doktor ist wichtig, denn Herr Geb bezeichnete sich ja als Beobachter von religiösen Phänomenen, als Philosoph, frage ich Sie gleich, ob Sie das sein wollen, sind, sich so verstehen und die Theologen eher als die Verteidiger. Ja, wenn ich Ihre Veröffentlichungen, Ihre Texte so lese, dann passt die Verteidigung nicht so gut, das haben Sie mir auch schon bestätigt. Als systematischer Theologe sehen Sie sich in der rationalen Verantwortung für den Glauben. Und ich bin sehr gespannt, was Sie uns gleich erzählen, was Sie uns gleich an Gedanken bringen, die eben vielleicht doch noch ein bisschen darüber hinausgehen, dass es nicht nur eine naturalistische Deutung der religiösen Erfahrungen gibt, sondern dass der Transzendenzbezug vielleicht doch ein bisschen größere Rolle spielen sollte. Auf jeden Fall, dass die religiöse Erfahrungen in der trockenen Theologie eine relevante Bedeutung hat. Und so wie Frau Professorin Büchner gestern auch sagte, die Dogmatik ohne die Spiritualität, sie hat es nicht so explizit gesagt, sie hat es nur auf ihrer Folie deutlich gemacht. Und ich glaube, da sind Sie gut anschlussfähig. Und ich freue mich sehr, dass Sie aus dem Münsterland heute zu uns angereist sind, tätig an der TU in Dortmund und uns heute Ihre Gedanken präsentieren. Vielen Dank. Kein Problem. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Gelegenheit, heute hier einen Vortrag halten zu dürfen, um die Frage, die Sie gestellt haben, gleich vorab zu klären, ob ich mich als Verteidiger sehe oder als Beobachter. Also als Philosoph und Theologe würde ich sagen, man ist weder reiner Beobachter, das wäre man eher, wenn man Religionswissenschaftler wäre, man ist aber auch nicht einfach nur Verteidiger einer bestimmten Welt, das wäre so die klassische Apologetik. Sie haben schon das Wort rationale Verantwortung in den Mund genommen und ich würde sagen, das ist das, was man als philosophischer Theologe, als systematischer Theologe macht, also rationelle Glaubensverantwortung zu betreiben, zu fragen, welche Gründe sprechen eigentlich dafür, eine bestimmte religiöse Selbst- und Weltdeutung zu haben. Gibt es gute Argumente dafür und gibt es Argumente dagegen, was sagt man zu denen? Also das wäre die wissenschaftstheoretische und methodische Selbstpositionierung, also noch ein bisschen theologischer vielleicht als mein Vorredner. Ich habe auch die beiden Vorträge ja schon mitbekommen, gestern Abend von Frau Büchner und heute Morgen von Herrn Gäb und freue mich, dass ich mich jetzt hier einreihen darf und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine dritte Perspektive, die das Phänomen und die Herausforderung Mystik, wie diese Tagung ja heißt, noch einmal ein bisschen anders beleuchtet. Der Vortrag trägt den Titel Gottesrede und Mystik oder wird der Glaube durch religiöse Erfahrung gerechtfertigt. Gut, ganz kurz, was ich mit Ihnen vorhabe heute. Der Vortrag unterteilt sich in vier Schritte. Als erstes als kleines Aufwärmprogramm. Nach der Kaffeepause habe ich vor, mit Ihnen ein Gedankenexperiment zu machen. Gedankenexperimente sind so kleine Geschichten, da brauchen Sie auch keine Vorkenntnisse. Ich erzähle Ihnen gleich eine Geschichte und am Ende bekommen Sie eine Frage gestellt und es geht nur darum, wie Sie intuitiv auf diese Frage antworten würden. Also Sie müssen keine großen Vorkenntnisse dafür haben und da geht es um den Stellenwert religiöse Erfahrung für die Verantwortung des Glaubens in diesem Gedankenexperiment. Dann Teil zwei und Teil drei sind der Hauptteil des Vortrags. Ich stelle Ihnen zwei Modelle vor, die gegenwärtig diskutiert werden, wie man mit religiösen Erfahrungen umgehen kann. Zum einen mal ein Modell, das religiöse Erfahrung als Glaubensgrund betrachtet. Ja, also die Möglichkeit einer unvermittelten direkten Wahrnehmung Gottes in der Welt als Rechtfertigungsgrund für bestimmte religiöse Überzeugungen nimmt. Und ich kritisiere dieses Modell auch und möchte dann in Teil drei kurz auf Karl Rahner eingehen, der nochmal anders über religiöse Erfahrungen nachdenkt, als diese direkten und vermittelten Modelle. Und ich habe gestern mitbekommen und auch im Programm gesehen, dass es ja auch noch ein Workshop zu Karl Rahner heute Nachmittag gibt. Und dann ist es vielleicht auch eine ganz gute Einführung schon in das Denken dieses Theologen. Und am Ende habe ich einen kurzen Ausblick über Gottesrede und Mystik, der vielleicht auch nochmal Dinge anders akzentuiert, als es bei Sebastian Gelb gerade in einem Vortrag der Fall war. Das, was Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, Frau Zeidler. Das ist das Programm. Fangen wir an mit dem Gedankenexperiment. Das Gedankenexperiment ist angelehnt an ein berühmtes Gedankenexperiment aus der Philosophie, das ich theologisch ein bisschen adaptiert habe. Und es geht um einen Religionswissenschaftler, den man einfach mal Ulf nennen kann. Und dieses Gedankenexperiment ist etwas, das lese ich Ihnen jetzt vor. Das ist auch das Einzige, was ich heute vorlesen werde. Hören Sie zu und überlegen Sie sich, wie Sie die Frage am Ende beantworten würden. Stellen Sie sich einmal vor, dass es einen extrem begabten Religionswissenschaftler namens Ulf gibt. Sein Spezialgebiet ist das Christentum. Er weiß in einem wörtlichen Sinne einfach alles, was es über diese Religionsgemeinschaft zu wissen gibt. Er kennt ihre Glaubenssätze, ihre wechselhafte Geschichte und hat alles über ihre Rituale und Liturgien gelesen. Jedes Lehrbuch kennt er auswendig. Und alles, was nicht in Lehrbüchern steht, hat er selbst erforscht. Man könnte sagen, dass Ulf ein super Religionswissenschaftler ist, weil er perfektes Wissen über das Christentum hat. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Ulf lebt in einem Labor, das komplett abgeschottet von der Außenwelt ist. Er weiß zwar alles über die christliche Glaubenslehre und wie man sich als Christ verhalten müsste, aber er hat noch nie eine Kirche von innen gesehen oder an einer Glaubenspraxis teilgenommen. Stellen wir uns nun vor, dass Ulf eines Tages entschließt, das Labor zu verlassen und draußen als erstes die größte Kirche der Stadt aufsucht. Also hier in das Münster geht zum Beispiel. Er steht an einem, hier steht schönen Sommermorgen, vielleicht muss ich sagen, an einem grauen Novembermorgen in der lichtdurchfluteten Kirche, nimmt zum ersten Mal an einem Gottesdienst teil und saugt seine Ästhetik förmlich in sich auf. Ulf ist begeistert. Obwohl er vermeintlich alles über das Christentum wusste, wusste er nicht, wie es sich anfühlt, religiöse Erfahrungen zu haben. Was meinen Sie? Hat Ulf dadurch, dass er zum ersten Mal das Labor verlassen und das Christentum in der Praxis erlebt hat, sein Wissen über das Christentum erweitert? Oder hätte er, da er ja schon alles über das Christentum wusste, auch wissen müssen, wie es sich anfühlt, eine religiöse Erfahrung zu haben? Hier nochmal auf der Folie. Er weiß alles über Religion. Er hat noch nie religiöse Erfahrungen gemacht und kommt eines Tages frei und besucht eine Kirche. Die Frage, hat Ulf sein Wissen über das Christentum erweitert? Überlegen Sie sich das mal. Also wir machen jetzt keine Seminarrunde und ich beantworte die Frage auch nicht jetzt, aber ich komme ganz am Ende des Vortrags noch auf das Gedankexperiment zurück. Ich habe das Gedankexperiment, um ehrlich zu sein, geklaut. Das ursprüngliche Gedankexperiment kommt aus der Philosophie und die Superwissenschaftlerin da heißt Mary. Das ist der Grund, warum dieser Comic hier auch ist. Und Mary, das ist die Superwissenschaftlerin Mary, das ist ein Gedankexperiment von Frank Jackson, der diesen Aussatz geschrieben hat, What Mary didn't know. Und bei Mary geht es um Farben und nicht um religiöse Erlebnisse und religiöse Erfahrungen. Jackson sagt, dass Mary alles über Farben weiß. Sie ist gewissermaßen die Superphysikerin. Sie weiß alles über das Spektralmuster von Farben, wie die Wahrnehmung im Gehirn läuft und so weiter. Aber sie lebt in einem Labor, wo alles schwarz-weiß ist. Also sie hat noch nie Farben gesehen. Und irgendwann verlässt sie das Labor und sieht zum ersten Mal Farben. Und Jackson sagt, intuitiv würden wir sagen, ja, sie lernt etwas Neues über Farben. Sie lernt zu wissen, wie es sich anfühlt, Farbwahrnehmung zu haben. Das heißt, solange sie in diesem Labor ist und nur schwarz-weiß die Welt betrachtet, fehlt ja eine zentrale Dimension des Wissens und Farben, nämlich ihre phänomenale Wahrnehmung. Also phänomenal ist im Sinne von die Wahrnehmung des Phänomens. Die Intuition, die Jackson hier abrufen will, ist, dass es eine irreduzible Subjektivität von Erfahrungen gibt. Niemand weiß, wie es für eine bestimmte Person ist, etwas wahrzunehmen. Ja, also wenn sie jetzt das Meeresrauschen hören oder eine Erdbeere schmecken oder einen Sonnenaufgang sehen oder so etwas, dann weiß ich nicht, wie sich das für sie anfühlt. Und sie wissen auch nicht, wie sich das für mich anfühlt. Sie machen selber diese Erfahrung, aber das ist eine gewissermaßen erstpersönlich zugängliche, subjektive Qualität, die nicht ohne weiteres kommunizierbar ist. Und der Fachausdruck dafür ist Qualia. Ja, also Qualia sind diese qualitativen Erlebnisse, die man empirisch auch nicht richtig fassen kann, weil sie eben nur erstpersönlich zugänglich sind. Und was das gedankensberührend, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe und was einigermaßen gut dann auch zum Rest des Vortrags passt, fragt ist, lässt sich das eigentlich auf Religionen übertragen. Ja, also gibt es so ähnlich, wie es Farbwahrnehmungen gibt und keiner weiß ganz genau, wie es ist, einen bestimmten Rotton zu sehen für eine andere Person? Ist es das Gleiche mit religiösen Erfahrungen? Ja, kann man sagen, das sind auch so eine Art von Qualia. Kann man dieses Gedankensprinzip einfach so übertragen, wie ich das gerade gemacht habe? Oder etwas offener formuliert, gibt es Religiosität ohne religiöse Erfahrung? Und darüber hinaus noch die Frage, ist Religion vielleicht sogar durch Erfahrungen rechtfertigbar? Also in diesem Gedankenexperiment ist die direkte Farbwahrnehmung etwas, was Mary erstpersönlich macht und niemand zweifelt daran, dass sie auch wirklich wahrnimmt, wie es für sie ist, diesen Rotton zu spüren. Ja, also man würde jetzt nicht sagen, ja, das ist aber nur eine Illusion und eigentlich gibt es kein Rot. Kann man es so weit treiben, diesen Transfer des Gedankenexperiments, dass man sagt, ja, selbst wenn man das überträgt und sagt, religiöse Erfahrungen funktionieren wie diese Farbwahrnehmungen, dann können wir auch nicht daran zweifeln, dass das stimmt, was da passiert ist. Das ist die Frage, die ich hier im Folgenden besprechen möchte. Und das Gedankenexperiment war der Auftakt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Auf diese Fragen sind religiöse überzeugendlich religiöse Erfahrungen rechtfertigbar oder zumindest führen diese religiösen Erfahrungen zu religiösen Überzeugungen zu antworten. Das erste, die erste Möglichkeit wäre, eine direkte Rechtfertigung einer religiösen Welt sich durch subjektiv evidentes Erlebnis einer religiösen Wahrheit zu behaupten. Ja, also es gibt etwas, was man als direkte Wahrnehmung Gottes oder des Göttlichen behaupten kann. William Alston in seinem Buch Perceiving God ist einer der Vertreter um William James, der in dem Vortrag gerade ja auch schon vorkam, verteidigt an manchen Stellen zumindest so etwas ähnliches. William Alston sagt, Glaubenssätze sind dann gerechtfertigt, wenn sie auf mystischen Erfahrungen basieren, in denen sich die göttliche Wirklichkeit direkt zeigt. Er nennt das M-Beliefs. M steht für Manifestation Beliefs. Ja, also es gibt bestimmte außeralltägliche Erfahrungen, mystische Erfahrungen. Wir haben gerade gehört, so fünf bis zehn Prozent machen die vielleicht. Und in diesen Erfahrungen manifestiert sich dann eine Wahrheit, die in ihrer Evidenz so eindrücklich ist, dass sie für wahrgehalten werden kann. Das ist die These, die es bei Alston gibt. Typische Kandidaten, und das kam gerade auch schon vor, wären hier Visionen, direkte Wahrnehmungen des Göttlichen. Die sind nicht komplett kommunikabel. Ja, also wir haben schon mehrmals jetzt gehört, gestern Abend und heute Morgen auch schon. Es ist gar nicht so leicht auf den Begriff zu bringen, was da passiert. Aber sie sind völlig evident. Ja, sie scheinen einen extrem hohen Stellenwert einzunehmen. Das sind die Top-Five-Erfahrungen, die man hatte oder sowas, haben wir ja gerade gehört. Das ist eigentlich eine, genau die Behauptung dieser Parallelität zu Mary, zu der Farbwahrnehmung. Ja, diese Theorie sagt, man kann Gott so wahrnehmen, wie man Farben wahrnimmt. Zumindest einige können das. Und so wie niemand daran zweifelt, zunächst zumindest einmal, dass die Farbwahrnehmungen, die man so macht, in der Regel nicht solche sind, die einen beständig täuschen, sollte man, das ist Alstons These, analoges von Gott behaupten. Ja, wenn man das so wahrnimmt, dann sollte man darauf vertrauen, dass es auch stimmt, dass es wahr ist, dass das auf Basis dieser direkten Wahrnehmung gerechtfertigt ist. William James macht das etwas anders. Das kam ja auch jetzt schon vor. Er sagt, Religion ist ein intuitives Gefühl. Und das, was ähnlich ist wie bei Olsen ist, dass er sagt, dieses Gefühl stellt sich unmittelbar. Es stellt sich blitzartig ein. Es überfällt einen gewissermaßen. Ja, das ist eher eine sinnliche Wahrnehmung als begriffliches Denken. Wenn Sie begrifflich denken, dann gehen Sie vielleicht in eine Bibliothek und strengen sich sehr an und nach ein bis zwei Stunden haben Sie dann ein Argument zusammen, wo Sie sagen, ja, das ist was, das würde ich verteidigen. Und James sagt, so funktioniert religiöse Erfahrung nicht. Ja, das ist das, was Ihnen beim Laufen passiert oder unter der Dusche. Das überfällt Sie. Das kommt blitzartig. Sie können sich nicht in eine Bibliothek setzen und sagen, so, wenn ich jetzt 60 Minuten warte, dann habe ich die religiöse Erfahrung. So scheint das nicht zu funktionieren. Das ist James' Zugriff. Charles Taylor, das ist der ältere Herr, den Sie hier unten als zweites Bild sehen, nimmt diese Möglichkeit auf und sagt, dass die gegenwärtige Religiosität sich primär als persönliche Religion bezeichnen lässt. Also das hat was damit zu tun, dass er davon ausgeht, dass sich die gegenwärtige Gesellschaft oder zumindest die gegenwärtigen westlichen Gesellschaften weltanschaulich immer mehr zerfasern, immer mehr zersplittern. Er sagt, das, was übrig bleibt, ist persönliche Religion. Das heißt, es ist eine erstpersönliche Haltung, die auf Erfahrungen basiert. Das ist eher ein Gefühl als ein durchdachtes System, das auf ein Meer außerhalb meiner selbst verweist. Sie kennen vielleicht diesen Ausdruck Patchwork-Religiosität. Man sucht sich irgendwas zusammen und häufig ist es auch nicht klassisch der personelle christliche Gott, an den geglaubt wird, sondern auch atheistische Freundinnen und Freunde von Ihnen sagen vielleicht, ja, ich glaube nicht an Gott, aber dass es da irgendwie etwas mehr geben muss, das sehe ich schon. Das ist so das, was Taylor als persönliche Religion bezeichnet. Für ihn ist dieser Gedanke wichtig, dass es eine Option unter vielen Weltdeutungen ist, für die ich mich allein entscheide und dies auf Basis eines religiösen Gefühls tue. Es ist also weniger Konvention, weniger Tradition, weniger Milieu, sondern mehr Gefühl, mehr Intuition, mehr je eigene Religiosität. Und das macht Taylor als dann ja auch Beobachter der Gesellschaft, der er ist und der Sozialphilosoph, der ist fest, um zu sagen, religiöse Erfahrungen wird zunehmend wichtig. Also das ist das, wie man auch sozialphilosophisch diese Möglichkeit eins aufnehmen kann. Und das finden Sie dann auch bei Karl Rahner. Der kommt gleich noch ein bisschen ausführlicher vor, aber es gibt diesen einen Satz, der wird immer zitiert und der wird auch im Tagungsprogramm zitiert und den kennen Sie alle. Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Und interessant ist aber, und das wollte ich Ihnen jetzt hier nicht vorenthalten, wie der Satz weitergeht. Das ist erst mal die These. Wie kommt denn Rahner darauf? Was ist die Begründung? Der Satz geht weiter in seinem Aufsatz Frömmigkeit früher und heute, weil die Frömmigkeit von morgen nicht mehr durch die im Voraus zu einer personalen Erfahrung und Entscheidung einstimmige, selbstverständliche, öffentliche Überzeugung und religiöse Sitte aller mitgetragen wird. Die bisher übliche religiöse Erziehung, also nur noch eine sehr sekundäre Dressur für das religiös-institutionelle sein kann. Das heißt, der eigentliche Impuls, den Rahner setzen will, ist eine Zeitdiagnose. Also man kann Rahner nicht einfach so als Verteidiger der Mystik verbuchen, sondern er sagt, was sich auflöst, ist die Selbstverständlichkeit einer religiösen Bindung. Das, was sich auflöst, ist ein geschlossenes Milieu, in dem man auch gar nicht groß darüber nachdenkt, ob man religiös ist, sondern es gibt eine plurale Gesellschaft, es gibt viele Optionen, man hat viele Freiheiten, sich zu entscheiden für oder gegen bestimmte weltanschauliche Überzeugungen, weltanschauliche Commitments und deshalb muss der Fromme von morgen ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder nicht. Also auch hier wieder die Betonung, religiöse Erfahrung wird zunehmend wichtig. Und das Ganze hat natürlich noch einen äquizologischen Seitenblick, das ist bei Rahner immer so, was heißt es eigentlich für die Kirche? Also wie muss sich die Kirche in einer pluralen Gesellschaft aufstellen? Aber das ist jetzt nicht Thema des Vortrags, sondern das, was ich hier herausstellen will, ist gerade die Optionalität des Glaubens erfordert die Refokussierung religiöser Erfahrungen. Und das ist was, was man dann noch einmal zu Charles Taylor zurück oder auch Hans Joas, der an Taylor da anschließt, mit der Optionalität religiöser Selbst- und Weltdeutung herausstellt. Für Taylor und Joas ist zunehmend klar, religiöser Glaube ist unselbstverständlich. Er steht unter Rechtfertigungsdruck. Taylor beschreibt, Zitat, den Wandel oder einen Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine Möglichkeit neben anderen ist. Und Hans Joas fasst das ähnlich, wie gesagt, der rezipiert Taylor an der Stelle ziemlich stark, mit dem Aufstieg der säkularen Option ändern sich aber auch fundamental die Bedingungen des Glaubens. Gläubige müssen seither ihren jeweiligen Glauben, etwa den christlichen, nicht nur seine konfessionellen Eigenart oder gegenüber anderen Religionen rechtfertigen, sondern als solchen, als Glauben schlechthin, gegenüber einem Unglauben, der zunächst als Möglichkeit legitimiert und dann in manchen Ländern und Milieus geradezu normalisiert wird. Das ist das, was man an Rana anschließen kann, an dieses berühmte Statement, wenn man die Begründung mit hinzunimmt. Also es erfolgt eine Verschiebung der Begründungslasten, nicht mehr das Gespräch der Religion untereinander, sondern überhaupt die Möglichkeit, religiös zu sein, gläubig zu sein, ist das, was angefragt wird durch die Optionalität des Glaubens. Das heißt, die vernünftigste Religion ist nicht ohne weiteres erkennbar. Wenn in pluralen Gesellschaften Menschen ihre Vernunft frei gebrauchen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie, wenn man sie nur lange genug machen lässt, am Ende alle auf die gleiche existenzielle Wahrheit einschwenken werden. Sondern das Faktum des Pluralismus ist etwas, was erwartbar ist in weltanschaulichen Fragen. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die Theologie, um sich selbst und den christlichen Glauben besser zu begreifen. Also ich meine das nicht kulturpessimistisch, sondern ich meine, dass man Theologie unter diesen Vorzeichen auch nochmal anders und vielleicht auch besser betreiben kann, als in einem völlig homogenen Milieu. Thomas Schmidt, der Frankfurter Religionsphilosoph, schreibt, die durch die pluralistischen Bedingungen der Neuzeit veränderte Selbstbeinehmung des religiösen Glaubens, der seine Perspektive nunmehr als eine Möglichkeit unter konkurrierenden Optionen begreift, macht die Frage nach einer vernünftigen Rechtfertigung unausweichlich. Die religionsphilosophische Grundfrage nach Glaube und Vernunft wird von Anfang an in einem pluralistischen Horizont gestellt. Das heißt, es gibt bestimmte Verschiebungen des zeithistorischen Kontexts und das ist auch der Grund, wenn Sie jetzt in aktuelle systematisch-theologische Lehrbücher schauen, dass da nicht mehr Demonstratio Religiosa oder Demonstratio Christiana steht, sondern zunehmend Quästio Religiosa, Quästio Christiana. Und das ist auch der Grund, warum ich vorhin so skeptisch war, als gefragt wurde, sehen Sie sich eigentlich als Verteidiger des Glaubens. Also eine reine Apologetik ist es nicht mehr, sondern es ist ein Gespräch, in dem die Gründe, die für den Glauben sprechen, austariert werden. Was hat das Ganze jetzt mit religiöser Erfahrung zu tun? Sie können das in zwei Richtungen deuten. Sie können entweder sagen, mit Taylor und Rana, im Anschluss dann an William James, zumindest bei Taylor, religiöse Erfahrung ist der Kern religiöser Identität. Ohne die geht es nicht mehr, weil der zeithistorische Kontext sich so verschoben hat. Oder mit Thomas Schmidt, das Zitat geht ja eher in eine andere Richtung, es braucht eine zunehmende Diskursivierung der Religion, da die Vernunft des Glaubens zunehmend in Frage steht. Und das ist keine exklusive Alternative. Sie müssen sich jetzt hier nicht entscheiden, sondern es ist etwas, was eigentlich beides gleichermaßen ausgesagt wird. Es scheint zunehmend wichtig zu sein, auf diese religiösen Erfahrung zu wissen. Es scheint aber auch zunehmend der Rechtfertigungsdruck sich zu erhöhen, den Glauben auch vernünftig verantworten zu können. Und das ist was, wo dann diese Position eins auch an ihre Grenzen gerät. Sie erinnern sich, das was William Alston oder William James gemacht haben. Das ist etwas, was man mit guten Gründen kritisieren kann. Also diese Annahme, dass es eine direkte, unvermittelte Wahrnehmung Gottes gibt. Diese Parallelität von Farbwahrnehmung Gotteswahrnehmung, wie sie in diesem Gedankenexperiment zu Beginn ja ausgesagt wurde. Das steht vor einigen Problemen und ich glaube auch nicht, dass das am Ende des Tages eine sinnvolle theologische Theorie ist, davon auszugehen, dass man Gott direkt und unvermittelt in der Welt wahrnehmen kann. Die erste Problematik ist, dass religiöse Erfahrung notwendig an Begriffe gekoppelt ist. Gestern Abend in der Diskussion ging es schon um Erfahrung und Deutung. Und da hat Frau Büchner auf den Vortrag heute verwiesen und gesagt, Erfahrung ist immer gedeutete Erfahrung. Und das ist aber eigentlich auch schon der Kern dessen, was ich sagen würde. Religiöse Erfahrung gibt es nicht als solche. Es gibt sie immer nur als solche, die an Begriffe gekoppelt ist. Das empirische Indiz dafür ist, dass religiöse Erfahrungen in globaler Perspektive nicht in der Hinsicht gleich verteilt sind, dass die konkreten religiösen Erfahrungen überall gleichermaßen stattfinden. Das war nicht gut formuliert, ich sage es noch mal anders. Religiöse Erfahrungen stehen in bestimmten begrifflichen Abhängigkeiten und sie sind in der Hinsicht gleich verteilt, dass in jeder Kultur diese fünf bis zehn Prozent bestimmte Erfahrungen machen. Aber wenn man fragt, welche Erfahrungen hast du denn gemacht, dann ist es selten so, dass in einem nicht christlichen Kontext gesagt wird, ich habe die Jungfrau Maria gesehen. Das wird immer nur in einem christlichen Kontext behauptet. Es ist auch fast nie so, dass in einem nicht christlichen Kontext gesagt wird, mir hat sich der dreifaltige Gott gezeigt. Das wird immer in einem christlichen Kontext behauptet. Also religiöse Erfahrungen als solche scheint es gar nicht zu geben, sondern es scheint nur solche zu geben, die immer schon begrifflich vermittelt sind, immer aus einer bestimmten religiösen Haltung hervorkommen. Wenn man sich den Fragebogen anschaut von Herrn, ich habe den Namen vergessen, den du hattest, den allerersten, ja, Herrn Hut, Herr Hut, der hat das ja auch so gemacht, ja, der hat ja die Fragebögen extra angepasst und gesagt, na gut, hier frage ich Christen, dann frage ich eine christliche Erfahrung, hier frage ich Muslime, dann frage ich eine muslimische Erfahrung, ja. Und man könnte darüber streiten, ob es da irgendwie einen gemeinsamen Kern gibt, aber zunächst einmal scheint es sehr evident zu sein, dass es keine religiösen Erfahrungen als solche gibt, also jenseits von bestimmten Begriffssystemen. Das heißt, es gibt eine implizite Formung religiöse Erfahrungen durch je eigene religiöse Begriffssysteme. Religiöse Erfahrungen sind keine nackten Wahrnehmungen vor allen Begriffen, ja, sondern die sind immer schon begrifflich durchstrukturiert. Und damit sind sie nicht ohne eine implizite Interpretation der Wirklichkeit in Begriffen des Göttlichen zu haben. Also das ist der tiefere Sinn dieses Satzes, es gibt keine Erfahrungen ohne Deutung. Man kann gar nicht anders, als in Begriffen zu denken. Und da das Denken auch die eigene Erfahrungswelt beeinflusst, ist auch das, was man erfährt, vorgeprägt durch bestimmte Begriffe. Das heißt, religiöse Erfahrungen sind Teil von Religionen, aber sie begründen keine Religion, sondern sie entstehen innerhalb bestimmter religiöser Traditionen. Saskia Wendel, die ich mindestens einmal dann hier zitieren wollte, wenn sie eigentlich sonst hier jetzt an meiner Stadt stünde, fasst das so. Religiöse Erfahrung gehört also als diskursive Praxis bereits konkreten Religionen an und kann daher das Aufkommen von Religion nicht begründen. Vielmehr ist sie als konkrete religiöse Praxis innerhalb einer Religion bereits Form und kulturelle Ausfaltung von Religiosität. Dementsprechend gibt es auch keine spezifische religiöse Erfahrung neben anderen Erfahrungen, die sich von ihnen qua Objekt oder qua Vollzug unterscheidet, sondern es gibt lediglich Erfahrungen, deren Objekt und deren Vollzug religiösen Traditionen entsprechend religiös interpretiert wird. Das spricht dagegen, dass es möglich ist, Gott unvermittelt direkt wahrzunehmen, so wie sie Farben waren. Also das, was Alston beispielsweise behauptet in diesem Buch, Perceiving God. Und es gibt eine große philosophische Tradition, die das so ähnlich sieht. Immanuel Kant, der ebenfalls abgebildet ist, sagt etwas Ähnliches, ein Zitat, das sogar halbwegs verständlich ist für kantische Verhältnisse. Vom Dasein des höchsten Wesens kann also niemand durch irgendeine Anschauung zuerst überzeugt werden. Der Vernunftglaube muss vorhergehen und als dann könnten allenfalls gewisse Erscheinungen oder Eröffnungen, Anlässe zu Untersuchungen geben, ob wir das, was zu uns spricht oder sich uns darstellt, wohl befugt sind, für eine Gottheit zu halten. Die religiöse Erfahrung begründet also nicht die religiöse Haltung. Eine religiöse Haltung begründet vielmehr die religiöse Erfahrung oder genauer gesagt die Interpretation bestimmter Erfahrungen als religiöse. Das wäre das erste große Problem für diese Auffassung von William Alston direkte, unvermittelte Wahrnehmung Gottes. Das zweite Problem ist, dass erfahrungsbasierte Rechtfertigungen nicht ohne weiteres intersubjektiv teilbar sind. Das haben wir jetzt ja mehrmals besprochen. Es ist gar nicht so leicht auf den Begriff zu bringen, was da passiert. Und das klassische Kriterium für die Güte, eine Rechtfertigung für eine Überzeugung ist aber, dass sie von anderen gleichermaßen eingesehen werden können. Also ein Argument, das offensichtlich völlig falsch ist und von niemandem akzeptiert wird, ist kein gutes Argument. Da würden Sie nicht sagen, das ist etwas, was eine Überzeugung rechtfertigt. Und wenn es jetzt eine Erfahrung gibt, die nicht teilbar ist, die auch nicht viele andere Leute gemacht haben, ist die Frage, warum soll das irgendwie sinnvoll sein, um eine bestimmte Überzeugung zu rechtfertigen. Und Alston sagt, diese M-Beliefs, diese Manifestation-Beliefs sind ja gerade erst persönlich zugänglich. Die können nicht ohne weiteres von allen eingesehen werden. Das ist eine kleine Gruppe, die die vielleicht macht. Aber die sieht die Wahrheit. Und deswegen sollen alle anderen die Wahrheit doch bitte auch glauben. Und die große Frage ist jetzt, wie unterscheide ich eigentlich eine Wahrnehmung Gottes von einer Halluzination? Wie unterscheide ich es, ob jemand wirklich eine Wahrnehmung Gottes hat oder Psilocybin eingeworfen hat und vor sich hin halluziniert und auf einem Trip ist, aber nicht wirklich eine Wahrnehmung Gottes hat? Das heißt, es bräuchte eigentlich eine starke Kriteriologie dafür, um zu sagen, welche Erfahrungen eigentlich intersubjektiv verbindlich gemacht werden können. Das funktioniert aber nicht, wenn es erst persönliche, subjektive Erfahrungen sind. Das heißt, wenn diese Manifestation-Beliefs, wie Alston es vorsieht, als Rechtfertigungsinstanz zugelassen werden, folgt letztlich Relativismus, folgt letztlich eine Rechtfertigungswillkür. Also Sie können damit ja eigentlich alles rechtfertigen. Bei Alston sind es zufällig immer Leute, die ungefähr den christlichen Gott wahrnehmen. Aber was ist jetzt, wenn irgendjemand kommt und sagt ihnen ernsthaft, er hätte aber eine direkte Wahrnehmung des Weihnachtsmannes gehabt? Ja, und das sei auch wirklich eine Erfahrung gewesen, die unter den Top 5 ist und das sei die Wahrheit und die anderen würden das zwar nicht so sehen, aber er hätte jetzt die Wahrheit erkannt, man soll jetzt auch bitte alle so sehen. Was macht man dann? Also wenn man zulässt, dass solche direkten Erfahrungen Rechtfertigungsinstanzen sind, Begründungen sind, können Sie eigentlich nur sagen, ja okay, dann ist das wohl so. Ja, also Sie brauchen irgendwie ein Kriterium, um mehr Erfahrungen unterscheiden zu können. Und das kann man nicht machen, wenn man von diesen erstpersönlich direkten Wahrnehmungen ausgeht, wie Alston das tut oder vielleicht auch James. Das heißt, der zentrale Unterschied zwischen Mary mit den Farben und Ulf mit dem Glauben an Gott ist, dass Farbwahrnehmungen zunächst mal alle gleichermaßen machen und religiöse Erfahrungen aber eben nicht. Das sind diese 5%. Und wenn mir jetzt irgendjemand erklärt, für mich ist Rot wahrzunehmen wie, was weiß ich, sagt mir irgendwas, dann kann ich damit connecten. Ich kann sagen, okay, ich nehme Rot ein bisschen an, das war es mich total spannend und so weiter. Also wir können uns irgendwie darauf verständigen, weil wir alle Farbwahrnehmungen machen. Wir verstehen auch, was Mary neu lernt, wenn sie das Labor verlässt. Wenn jetzt jemand noch nie eine religiöse Erfahrung gemacht hat, versteht er nicht so richtig, was Ulf neu lernt, wenn er das Labor verlässt in eine Kirche geht. Also das scheint ein wichtiger Unterschied in diesem Gedankenexperiment zu sein und ein Argument, warum man das nicht ohne weiteres übertragen kann. Und das dritte und letzte Problem dieser ersten Möglichkeit, und damit kommen wir auch schon zum zweiten Hauptteil, nämlich zu Karl Rahners Alternative, ist die Rückfrage, die Rahner an solche Modelle stellt. Wie soll sich eigentlich ein transzendenter Gott unvermittelt in der Welt zeigen? Für Rahner ist klar, Menschen machen ständig kategoriale Erfahrungen, also Erfahrungen, für die sie ihre Kategorien benutzen, ihre Begriffssysteme benutzen. Rahner nennt das auch bedingte Erfahrungen. Das sind innerweltliche Einzelwahrnehmungen. Die machen sie, wenn sie wach sind, ständig. Sie nehmen gerade auch wahr, was hier im Raum geschieht. Wenn sie rausgucken, sehen sie, da stehen ein paar Sträucher und das Haus der Akademie und so weiter. Das sind alles kategoriale Erfahrungen, bedingte Erfahrungen. Und Rahner sagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es diese direkte Wahrnehmbarkeit Gottes genauso gäbe, wie wir diese Einzelerfahrungen machen, dann würde er zu einer Kategorie in der Welt. Die Göttlichkeit Gottes wäre aufgehoben, wenn sie sagen, okay, heute Morgen um neun habe ich draußen die Sträucher gesehen, um halb zehn habe ich die Kaffeekarne gesehen, um elf habe ich Gott gesehen. Gott wäre ein Sein des neben ganz vielen anderen Seinenden. Gott wäre eine Kategorie in der Welt. Und das ist nicht das, was Christen mit Gott meinen, um Christen, sagt Rahner. Ja, die Göttlichkeit Gottes wäre gerade aufgehoben, wenn er sich direkt und unvermittelt in der Welt zeigen würde, also direkt wahrnehmbar wäre, ohne Vermittlung wahrnehmbar wäre. Rahner sagt, denn eben der Grund kommt nicht innerhalb des Begründeten vor, wenn er wirklich der radikale, also der göttliche Grund und nicht eine Funktion in einem Geflecht von Funktionen ist. Deswegen kann es keine direkten, unvermittelten Wahrnehmungen Gottes geben in Rahners Ansatz. Das ist das letzte Problem der ersten Möglichkeit dieser direkten Wahrnehmbarkeit. Und nochmal Rahner an einer anderen Stelle sagt ja, denn den Gott gibt es wirklich nicht, der als ein einzelnes Sein des neben anderem Seinenden sich auswirkt und waltet und so gewissermaßen selber noch einmal in dem größeren Haus der Gesamtwirklichkeit anwesend wäre. Also das widerspricht der Transzendenz der Göttlichkeit Gottes, das so zu denken. Und das ist das fast schon ironische Resultat, das man mit Rahner dann ziehen kann, gerade wenn Beanspruch wird, Gott selbst als Inhalt einer unvermittelten religiösen Erfahrung zu erleben, ist dies ein sicheres Indiz dafür, dass es sich nicht um eine Erfahrung Gottes handelt. Zumindest nicht unvermittelt. Gott teilt sich nur vermittelt mit. Das ist Rahners Kernidee. Dem möchte ich ein bisschen weiter nachgehen. Das ist die Möglichkeit zwei, die vermittelte Wahrnehmung Gottes. Sie haben ja vorhin auch gesehen, für Rahner ist religiöse Erfahrung sehr, sehr wichtig. Er kritisiert nur diese Möglichkeit einer direkten, unvermittelten Wahrnehmung Gottes. Für ihn und diesen einen Anstieg mute ich Ihnen jetzt noch zu, bevor wir dann in den Schluss austrudeln, ist die sogenannte transzendentale Erfahrung wichtig. Also Rahner ist immer kompliziert. Ich versuche es irgendwie auf den vier Folien, die ich habe, so zu machen, dass es nicht irgendwie völlig unverständlich ist. Er sagt, es gibt transzendentale Erfahrung. Das ist was anderes als kategoriale oder unmittelbare Gotteserfahrung. Das ist der Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Der Ausgangspunkt ist die kategoriale Erfahrungswirklichkeit des Menschen. Das, was ich Ihnen gerade erläutert habe. Wir machen ständig irgendwelche Erfahrungen mit unseren Kategorien, die wir so haben. Das ist irgendwie total unspektakulär. Das bestreitet auch keiner. Außer man ist irgendwie radikaler Skeptiker, aber das ist so eine Position, die nur auf dem Papier interessant ist. Rahners Beobachtung ist jetzt, und jetzt kommt der eigentlich interessante theologische Schritt über diese Aussage. Wir machen alle immer Erfahrungen. In jedem konkreten Erkenntnisakt ist ein Moment des Überschreitens eingeschrieben. Das heißt, der Möglichkeit der Abgrenzung von anderen Kategorien, der Verschiebung in andere Kontexte, sogar der Selbstreflexivität. Also Sie merken, dass Sie es gerade sind, der eine bestimmte Erfahrung macht. Mit jeder konkreten Erfahrung macht man, also macht man sich immer ständig thematisch und explizit, das wird Ihnen nicht jedes Mal klar, aber für Rahner ist das unthematisch, implizit, greifen Sie zugleich über diese Erfahrung hinaus. Sehen Sie diese Erfahrung potenziell in einem anderen Licht. Sie sehen, Sie können das auch in andere Kontexte verschieben. Rahner sagt, mit jeder kategorialen Erfahrung, die man so macht, wird also eine transzendentale Erfahrung mitgesetzt. Der Mensch greift immer wieder aus aufs Transzendente, und zwar jeder Mensch, und das ist das, was auch sehr kontrovers diskutiert wird gegenwärtig in der Theologie, ob man das so allgemein sagen kann, auf das Unendliche. In jeder Erfahrung, die er macht. Die strukturmenschliche Erkenntnis, das ist ja erstmal ein sehr philosophisches Modell, für Rahner ist also, dass es kategoriale Erfahrungen gibt, die als endliche Erfahrung immer auf das Unendliche ausgreifen. Das reicht schon, dass Sie wissen, dass Ihre Erfahrungen, die Sie machen, endlich sind. Dadurch, dass Sie den Begriff des Endlichen bilden können, haben Sie zugleich auch den Begriff des Unendlichen gebildet. Also Sie greifen mit jeder Erfahrung, die Sie machen, unthematisch, implizit auf Unendlichkeit aus. Das ist das, was Rahner an anderer Stelle mit dieser Metapher bezeichnet, der Mensch ist eine Antenne für Gott. Die Antenne ist nicht immer auf Sendung, aber sie könnte jederzeit angeschaltet werden. Und genau, diese Bezogenheit auf Übernatürliches, auf Unendliches ist zunächst unthematisch, kann aber explizit werden, kann zum Thema werden. Man kann diese transzendentalen Erfahrungen sich bewusst machen. Das ist das, was dann auch Rahner später in seinem Spätwerk als sogenanntes übernatürliches Existenzial bezeichnet. Also ein Existenzial ist was, was die Existenz eines Menschen ganz grundlegend prägt. Das ist ein Ausdruck, den hat Heidegger erfunden. Und Heidegger als Existenzialist, das ist dann immer so ein bisschen düster, sagt, das Existenzial des Menschen ist das Existenzial des Vorlaufens zum Tode. Also wir sind die einzigen, die wissen, dass wir sterben werden und das lässt erst die Sinnfrage aufreißen und dann kommt ganz viel Existenzialismus hinterher. Und Rahner, der bei Heidegger gelernt und auch promoviert hat, sagt, ja, okay, aber es gibt auch so etwas wie ein übernatürliches Existenzial. Das ist genau diese Antenne für Gott. Der Mensch ist derjenige, der sich ausrichten kann auf das Übernatürliche, auch de facto immer ausgerichtet ist, auch wenn sich das viele nicht bewusst machen. Das heißt, religiöse Erfahrungen sind jetzt keine direkten oder außeralltäglichen Visionen, sondern eher der tiefen Strom der menschlichen Existenzweise. Also keine unvermittelten direkten Wahrnehmungen, sondern eher etwas, was immer vermittelt ist über kategoriale Erfahrungen. Dadurch, dass sie Erfahrungen mit der Welt machen, können sie Erfahrungen mit Gott machen. Aber Gott ist nicht die siebzehnte von den zwanzig Erfahrungen, die sie in den nächsten fünf Minuten machen werden. Sondern Gott ist in allen zwanzig Erfahrungen präsent. Das ist der ignatianische Tiefenstrom eigentlich in Rahners Theologie als Jesuit. Das Ganze ist sehr philosophisch und Rahner ist christlicher Theologe und Dogmatiker. Deswegen konkretisiert er diesen Gottesbezug aller Menschen durch die christliche Heilsgeschichte. Er sagt, dass kategoriale konkrete Erfahrungen, Erfahrungen und transzendentale abstrakte Erfahrungen aufeinander verweisen. Und die christliche Heilsgeschichte ist etwas, das die allgemeine transzendentale Erfahrung mit Leben füllt. Er sagt, in Jesus wird, und in der Heilsgeschichte, im Leben und Sterben Christi, wird deutlich, was diese transzendentale Erfahrung, also dieser Bezug auf das Unendliche eigentlich ist, wie man das angemessen interpretieren kann. Es ist aber immer ein Beides. Es ist diese transzendentale Erfahrung, das sehr abstrakte, und diese kategoriale Erfahrung, diese geschichtlichen Erfahrungen, die wechselseitig aufeinander verweisen und dann die Beziehung von Gott und Mensch allererst ermöglichen. Magnus Lerch fasst das so, ohne den transzendentalen Aspekt könnte Gott selbst in der Geschichte die Vernunft und Freiheit des Menschen nicht erreichen. Wäre ein Gottesbezug für uns gar nicht möglich. Also das müssen sie voraussetzen in Rahners Ansatz. Ohne den kategorialen Aspekt, also ohne konkrete geschichtliche Erfahrung, auch ohne Heilsgeschichte, wäre Gott selbst nicht in die Geschichte eingetreten. Bliebe unser Gottesbezug zwar theoretisch immer möglich, wäre aber niemals und nirgendwo wirklich. Das heißt, bei Rahner ist es viel komplizierter als bei Alston. Die religiösen Erfahrungen sind immer vermittelt durch das Wechselspiel von dieser abstrakten, transzendentalen Erfahrung und der konkreten kategorialen Erfahrung. Das ist also Modell 2. Das ist eigentlich, sind die beiden Modelle, wenn man es runterbrechen will, recht klar voneinander abzugrenzen. Einmal unvermittelte, direkte Gotteserfahrung, einmal vermittelte, indirekte, kategoriale Gotteserfahrung. Und auch bei Karl Rahner, das will ich Ihnen jetzt nicht verschweigen, also das ist jetzt auch schon in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt worden, gibt es in der gegenwärtigen Theologie einige Anfragen. Nämlich die erste Frage, was wir vorhin auch schon hatten, wird Rahner eigentlich der Optionalität des Glaubens gerecht. Wenn jeder Mensch mit Notwendigkeit auf Gott bezogen ist, und das sagt Rahner, also jeder Mensch macht diesen Ausgriff auf so ein Endliche, kann man dann solche, die dies nicht explizit machen, als freie und gleiche anerkennen. Also was ist mit denen, die das ablehnen würden, die sagen würden, nein, das will ich aber auch gar nicht. Ich will gar nicht mit jeder Erfahrung, die ich mache, immer schon auf das Unendliche bezogen sein. Ich bin irgendwie reduktiver Naturalist und das sagt mir alles gar nichts. Also bekommt Rahner die Optionalität des Glaubens hier angemessen in den Blick. Das Zweite ist, das fühle ich jetzt nicht groß aus, ist die Frage, inwiefern eigentlich die menschliche Freiheit gewahrt wird in diesem Ansatz. Ja, also für Rahner ist klar, dass menschliche Freiheit ein Aspekt dieser Transzendenz des Menschen ist. Und die Frage ist, kann der Mensch eigentlich Nein sagen zur transzendentalen Erfahrung? Ja, also in der modernen Theologie ist Freiheit eine Schlüsselkategorie. Und immer wieder wird betont, dass ein Gott, der die Liebe ist, um die Freiheit des Menschen wirbt. Ja, dass es eine freie Entscheidung des Menschen ist, was ja auch zur Optionalität passt, eine Beziehung zu diesem Gott zu haben oder eben nicht. Und die Frage ist, kann Rahner das eigentlich denken in seinem Ansatz Transzendentaler Erfahrung? Also drittes Problem, gibt es eigentlich die Möglichkeit eines freien Neins zu Gott, ohne die eigene Freiheit immer schon zu verfehlen? Das ist das, was Thomas Pröpper als, ja, ich weiß nicht, ob man Gegenspieler sagen kann, aber zumindest als Kritiker Rahners immer wieder einklagt und versucht, das neuzeitliche Autonomiedenken nochmal stärker zu machen, als es ein Rahners Ansatz ist. Das aber nur als reiner Exkurs, dass Sie sehen, auch Rahners Theorie ist jetzt nicht völlig problemfrei. Also auch da gibt es verschiedene Einwände. Aber Sie haben jetzt, um das ein bisschen zusammenzuführen, zwei Varianten, um mit religiöser Erfahrung umzugehen. Einmal dieses Unvermittelte und einmal das Vermittelte mit Karaner. Kommen wir zum Ausblick. Also der Versuch jetzt oder mein Versuch, auch eine eigene These zu entwickeln und nicht nur bestimmte Modelle darzustellen und zu kritisieren. Was ist der erkenntnistheoretische Wert religiöser Erfahrung? Ich würde sagen, dass der bisherige Gang der Argumentation gezeigt hat, dass einerseits religiöse Überzeugungen nicht ohne Begriffe funktionieren, nicht ohne Inhalt, nicht ohne Interpretationskategorie. Eine religiöse Erfahrung an sich als solche, dass sie einfach nur sagen, ja, das ist vorbegrifflich, ist nur schwer vorstellbar, weil unsere Begriffssysteme einfach sehr tief in unser Denken und auch in unserem Erfahrungsapparat einwirken. Und andererseits funktionieren religiöse Überzeugungen aber auch nicht ohne Material, das interpretiert wird. Also es braucht bestimmte Erfahrungen, die theistisch gedeutet werden können. Ohne solche Erfahrungen, das haben ja auch die Überlegungen von Rahner und Charles Taylor gezeigt, ist es schwierig, eine lebhafte Religiosität aufrechtzuerhalten. Die Frage ist jetzt aber, was sind das für Erfahrungen? Und da gibt es in der christlichen Tradition zwei große Traditionslinien. Zum einen alltägliche Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich. Also das wäre jetzt ein Plädoyer von meiner Seite, dass man versucht, Mystik von diesem Nimbus des Außeralltäglichen wegzurücken, ja, und auch religiöse Erfahrungen wegzurücken von diesem Außeralltäglichen. Also diese eindrucksvollen Berichte von Menschen, die dann in der Kutsche saßen und auf einmal sahen sie ein feuerrotes Licht und hatten sekundenlang diese Erfahrung und so weiter. Das ist ja schön, wenn man das hat, aber die meisten haben das nicht. Und es ist wichtig zu sehen, dass man nicht deshalb defizient ist, ja, sondern dass religiöse Erfahrungen gerade solche Erfahrungen sind, die man im zwischenmenschlichen Bereich macht. Also Freundschaften, die man fühlt, Liebe, ja. Das, wo man sagen würde, das ist der Ort, wo die Liebe Gottes konkret wird, ja. Und das Zweite, das ist dann eher das, was zumindest ein bisschen zu diesen Erfahrungen, die auch gestern mit vielen Beispielen illustriert worden sind, das ist nicht der zwischenmenschliche Nahbereich, ja, sondern das, was man vielleicht als Gefühl oder als Erfahrung der Erhabenheit der Natur haben kann, ja. Das, was Ronald Dworkin auch ganz stark macht, ja. Dieses, wenn Sie jetzt irgendwo vor einer beeindruckenden Berglandschaft stehen oder am Meer sind oder so, ja, das ist ein Ort, wo es ebenfalls solche Transzendenzerfahrungen geben kann. Oder auch von mir aus die Unbedingtheit moralischer Gebote, die würde ich ja nochmal herausziehen aus dem ersten Bereich. Das sind die beiden großen Traditionslinien, die christlicherseits auch diskutiert werden, was Erfahrungen sind, die theistisch gedeutet werden können, ja. Wichtig ist, diese Erfahrungen können auch anders gedeutet werden, beispielsweise naturalistisch, aber sie können eben auch gedeutet werden als Verweis auf die Liebe Gottes, die der letzte Grund des Seins ist. Ja, also das ist eine mögliche Option und auch eine rational legitime Option, diese Erfahrungen zu deuten, auch diese alltäglichen Erfahrungen zu deuten. Das heißt, religiöse Erfahrungen sind keinen Glaubensgrund im Sinne einer Begründung, einer Rechtfertigung des Glaubens. Der Glaube ist nicht deshalb schon wahr, weil es Menschen gibt, die diese Erfahrungen gemacht haben. Sie sind aber ein Glaubensgrund im Sinne eines Entdeckungszusammenhangs des Glaubens. Es ist nur sehr schwer vorstellbar, dass es religiösen Glauben gibt, wenn jemand sagt, es gibt keine Erfahrung in meinem Leben, die ich irgendwie mit Liebe in Verbindung bringen könnte. Ja. Aaron Langenfeld, ein Kollege aus Paderborn, fasst das so, das Begreifen der Liebe als demjenigen, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, steht der Erfahrung der Liebe als demjenigen, worüber hinaus Größeres nicht geschehen kann, nicht so gegenüber, als handelte es sich um zwei getrennte Bereiche der Wirklichkeit. Vielmehr ist das Begreifen von Liebe als Liebe selbst ein Moment an der Erfahrung und umgekehrt die Erfahrung im Moment am Begreifen überhaupt. Ein Plädoyer dafür, das zu verzahnen, was Langenfeld hier macht. Nicht zu sagen, okay, es gibt das disklusive Denken, das ist irgendwie streng und rein rational und dann gibt es die Erfahrungswelt, die ist subjektiv und emotional und das eine können wir an- und ausschalten, je nachdem, ob das andere an- oder aus ist. Ja, sondern zu sagen, Begreifen und Erfahren greifen ineinander. Es gibt kein Begreifen ohne Erfahren, aber es gibt auch keine Erfahrungen ohne etwas zu begreifen oder Begriffe zu benutzen. Das heißt, Erfahrungen können oder auch religiöse Erfahrungen können als lebensweltliche Horizonte, als Handlungspraxen bezeichnet werden, die der Wurzelgrund des Glaubens sind. Wenn wir zum Gedankenexperiment zurückgehen, ich hatte Ihnen ja versprochen, ich komme da am Ende nochmal drauf, kann man sagen, es zeigt die Irreduzibilität der menschlichen Erfahrungswelt. Das gilt für Mary, das gilt auch für Ulf. Es kann sein, dass er etwas Neues lernt, wenn er zum ersten Mal in die Kirche geht, bestimmte Erfahrungen macht, aber es macht einen Unterschied, ob es um Farben geht oder um religiöse Erfahrungen. Farbwahrnehmungen sind direkte Wahrnehmungen der Realität als solche. Religiöse Erfahrungen sind gedeutete Erfahrungen. Das heißt, religiöse und mystische Erfahrungen funktionieren nur in einem bestimmten religiösen Setting. Ihre Kommunikabilität ist anders, als wenn es um beispielsweise Farbwahrnehmungen gibt. Runtergebrochen, Qualia, also die Erfahrungen dieser beispielsweise Farben sind unvermittelt, religiöse Erfahrungen sind vermittelt. Und der eigentliche Wert religiöse Erfahrung ist es, ein Entdeckungs- und Interpretationszusammenhang für religiöse Selbstdeutungen zu sein. Das ist das, was man mit Rana, und da würde ich ihn dann doch auch nochmal positiv nehmen, im Sinne seiner ignatianischen Spiritualität nennen kann, mit Gott in allen Dingen finden. Gott ist nicht derjenige, den sie einmal in ihrem Leben für ein paar Sekunden erfahren und von dieser Wahrheit zehren sie dann ihr ganzes Leben lang, sondern Gott ist derjenige, der in allen Dingen da ist. Aber eben weniger auf diese außeralltägliche, sondern auf die alltägliche Weise, könnte man mit Rana sagen. Enden möchte ich, das sind jetzt die letzten beiden Folien, mit einem kurzen Ausblick auf Dorothee Sölle, die in ihrem Buch Mystik und Widerstand über das Verhältnis von Mystik und Demokratie nachdenkt. Und Sölles Mann, Fulbert Stefenski, sagt Folgendes am Anfang direkt des Buches über Mystik. Also in diesen Einwand macht Sölle sich selbst, gewissermaßen, und ich lese Ihnen das vor. Stefenski sagt, also Sölle zitiert ihn so, mich stört an der Mystik, dass sie eigentlich nichts für einfache Leute ist. Das Evangelium selber hat es doch eher mit einfachen und einsichtigen Wünschen der Menschen zu tun, dass eine gesund ist und nicht am Leben verzweifeln muss, dass einer sehen und hören kann, dass er einmal ohne Tränen leben kann und dass sie einen Namen hat. Es geht doch nicht um spirituelle Artistik, sondern um die einfache Möglichkeit des Lebens. Und Sölle sagt dazu, mit mein wichtigstes Interesse ist es gerade, die Mystik zu demokratisieren. Damit meine ich, die mystische Empfindlichkeit, die in uns allen steckt, wieder zuzulassen, sie auszugraben aus dem Schutt der Trivialität. Und das ist genau das Programm, was ich Ihnen gerade in nicht so schönen Worten wie das Sölle schafft, versucht habe, schmackhaft zu machen. Mystik ist nicht etwas Elitäres, diese außergewöhnlichen Erfahrungen der glücklichen fünf Prozent, sondern Mystik ist etwas, das eigentlich in allen steckt. Aber wenn das so ist, dann kann Mystik nicht dieses Außeralltägliche sein. Dann können religiöse Erfahrungen nicht etwas sein, wo man sich unglaublich für anstrengen muss. Das heißt, es geht um eine Deflationierung des Außeralltäglichen. Das ist ein Ausdruck in Habermas benutzt, um eine Demokratisierung der Mystik. Und letzte Folie, um das abzuschließen, eine demokratisierte Mystik, und das wäre jetzt mein Plädoyer, meine These, ist also nicht eine besondere Form singulärer Spiritualität gewissermaßen als Leistungssport. Ja, diese Metapher kam ja in deinem Vortrag Sebastian vor, und ich würde sagen, das ist ein durchaus problematisches Verständnis von Mystik, zu sagen, ja, man muss sich besonders anstrengen. Es gibt ein paar Naturtalente, alle anderen müssen hart trainieren, dann läuft man im Marathon unter drei Stunden. Wenn man Mystik so versteht, könnte man mit Sölle sagen, ist am Ende ein fast schon antidemokratisches Unterfangen, oder zumindest ein Unterfangen, das Differenzen zwischen Gläubigen einzieht, ja, in Hochleistungsgläubige und normale Gläubige. Mystik ist also nicht eine demokratisierte Mystik, ist also nicht ein Vermögen besonders begnadeter Menschen zu unmittelbarer Gotteserkenntnis. Mystik ist also nicht angewiesen auf Privatoffenbarungen, die als Beweis der Existenz Gottes herangezogen werden können. Ja, deswegen die Frage, rechtfertigt religiöse Erfahrungen den Glauben, würde ich mit einem Nein, Aber beantworten. Sie ist wichtig, religiöse Erfahrungen, aber sie kann nicht allein in Gerechtfertigung für den religiösen Glauben sein. Sondern sie, also demokratisierte Mystik, setzt auf die Geistbegabung aller Menschen, die in ihrer Gottebenbildlichkeit und in ihrem Alltag Erfahrungen von Liebe machen. Und diese Erfahrung von Liebe kann man interpretieren als Gegenwart der Liebe Gottes. Man muss das nicht machen, aber man kann das so machen, ist auch rational legitim, das zu machen. Sondern demokratisierte Mystik setzt auf die Arbeit am Selbst. Die hat eben auch eine politische Bedeutung. Mystik ist kein Freifahrtschein ins Private, sondern eröffnet einen Raum politischer Praxis. Das ist was, was Dorothee Sölle ganz, ganz wichtig ist. Und das ist das, was mir manchmal bei bestimmten mystischen Entwürfen fehlt. Dass das so wirkt, als ob es dann um die persönliche Psychohygiene geht und die eigene Spiritualität. Ganz hart formuliert könnte man fragen, wirkt das nicht manchmal so wie ein egoistisches Programm? Und das letzter Punkt ist dann was, das habe ich jetzt gerade noch ganz schnell dazu geschrieben meines Vortrags, als es um Dworkin und Comte's Bonville ging. Das Problem dieser mystischen oder auch naturalistischen Spiritualität, und das ist was, was ich sagen würde, ist was, was das Christentum immer hochhält, ist die Frage, wo ist die Perspektive einer rettenden Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte? Kern des Christentums ist eine Erlösungshoffnung. Kern des Christentums ist es nicht zu sagen, ja, ich möchte möglichst häufig diese Erfahrung machen. Ich möchte so trainieren, dass ich täglich mal ein paar Sekunden mystische Erfahrungen habe und dann geht es mir gut. Sondern der Kern des Christlichen ist es zu sagen, ich setze darauf, dass es so etwas wie eine nachhaltige, rettende Gerechtigkeit gibt. Für einen selbst vielleicht, das ist vielen aber auch gar nicht das Wichtigste, sondern gerade für die anderen, die ungerecht leidenden, die sogenannten Opfer der Geschichte, mit Walter Benjamin gesprochen. Was ist eigentlich mit denen? Und ich glaube, das eigentliche Potenzial der Mystik kann man dann aktivieren, wenn es gelingt, religiöse Erfahrungen so fruchtbar zu machen, dass es eine Perspektive der rettenden Gerechtigkeit für diese Opfer der Geschichte gibt und nicht nur mystisch als Wohlfühlspiritualität bezeichnet werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.